Vielleicht haben Sie auch Spaß. Wir kommen zur Umweltlotterie. Heute ist der 31. August. Vielleicht ist das für Sie ein Glückstag. Wenn Sie mitgespielt haben, haben Sie hoffentlich Ihren Spielschein parat. Da steht eine Los-ID drauf. Wenn es die richtige ist, haben Sie den Hauptgewinn. Die Los-ID für den Hauptgewinn ist heute die 6-2-3-5-3. 6-2-3-5-3, die Los-ID des Hauptgewinners. Welche Postleitzahl hat der Hauptgewinner angegeben? Das ist jede Woche wieder die Frage. Da fiebern andere mit. Es ist eine Odenwaldkreis-Postleitzahl. Jeder, der ebenfalls eine Postleitzahl aus dem Odenwaldkreis angegeben hat, hat auf jeden Fall was gewonnen. Darüber hinaus gibt es viele andere Gewinner in Hessen. Hier sind die Quoten. Hauptgewinn, das sind 11.008 Euro heute. Dazu gibt es einmal 2.500 Euro, 6 mal 500 Euro, 55 mal 50 Euro, 275 mal 10 Euro und 1.102 mal 5 Euro. Und das gibt Geld für Umweltprojekte. Die Gewinner der vergangenen Wochen haben sich für ein Projekt entschieden, das der Lahn-Dill-Kreis vorgeschlagen hat. Es geht um steinige Paradiese. Da kann man sich eine ganze Menge darunter vorstellen. 5.000 Euro gibt es dafür. Herzlichen Glückwunsch. 5.000 Euro 5.000 Euro